Firma Sigma Tech ist ein Hightech-Unternehmen in der Automatisierung. Wir haben unseren Sitz in Lambrechtshausen in der Nähe von Salzburg in Österreich, sind ein privat geführtes Unternehmen. Wir beschäftigen in unserer Zentrale ca. 350 Mitarbeiter. Sämtliche Produkte, die wir vertreiben, sind in Österreich entwickelt und werden auch in Österreich produziert. Wir sind der Meinung, dass wir damit die bestmögliche Qualität unserer Produkte für unsere Kunden erzeugen können. Neben dem Standort in Österreich haben wir natürlich auch international noch mehrere Standorte in Europa als auch in Amerika und China. Das Produktportfolio reicht von speicherprogrammierbaren Steuerungen über Visualisierung und Sicherheitssteuerungstechnik bis hin zu Servo-Antriebstechnik. Mit unserer Applikationstechnik-Abteilung unterstützen wir unsere Kunden von der Konzeptphase bis hin zur Inbetriebnahme, um optimale Lösungen generieren zu können. Eines der Highlights der Firma Sigma Tech ist das neue SDIAS-System. Bei der Entwicklung wurde vor allem Wert auf eine hohe Packungsdichte und große Zugriffsgeschwindigkeiten gelegt. Es können innerhalb weniger Mikrosekunden Ein-Ausgangszustände verarbeitet werden und die an den entsprechenden Recheneinheiten weitergegeben werden. Der Einsatzbereich ist von der privaten Heizungssteuerung über die Kunststofftechnik bis hin zur Luftfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017